Ich grüße euch, liebe Dampfgünstig Freunde. Willkommen zurück auf den Dampfgünstig YouTube-Kanal. Ja, ich wollte eigentlich nur mal ein frohes neues Jahr wünschen und alles Gute und dies und das. Krass, hier steht einfach so ein Fernseher rum. Ich bin gerade mit dem Hund draußen mit Dexter. Könnt ihr diesen sehen, ne? Übelst. Und ich wollte einfach nur frohes neues wünschen. Und ja, wir haben auf jeden Fall viel geplant. Wir haben ein bisschen alles mal durch den Kopf gehen lassen, was auf dem Kanal abgeht hier. Und wir haben da ganz, 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 ganz krasse Sachen haben uns da einfallen lassen. Das wird es wahrscheinlich auch so noch nie gegeben haben. Gewinnspiele natürlich. Gewinnspiele werden auf jeden Fall wieder rausgehauen ohne Ende. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, liebe Freunde. Sonst ist das einfach, dann ist die Spannung so ein bisschen schon raus. Also wir haben uns da auf jeden Fall coole Sachen überlegt für euch. Und so generell, das gab es einfach noch nicht, glaube ich. Also ich habe es zumindest bis jetzt noch nie irgendwo gesehen. Und ja, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Spannung steigt und so. Und ja, was habt ihr denn, ich würde gerne wissen, was habt ihr denn so für Ziele im neuen Jahr, ne? 2019. Was habt ihr so für Ziele? Ich zum Beispiel würde gerne wieder ein bisschen sportlich aktiver werden. Werd ich auch machen. In welche Richtung, weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber was sind eure Ziele? Eure Vorsätze für 2019? Schreibt es in die Kommentare, liebe Freunde. Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr 2019. Und dampft ordentlich, ne? Lass mal richtig Dampf ab. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut da rein, liebe Freunde. Ciao. Ciao.